Jau, hallo, ich wurde nominiert zu der Ice Bucket Challenge. Vielen Dank, lieber Arnold von KWAUTV, dass ich mich hier bei dem strahlenden Sonnenschein jetzt nass machen darf. Ja, was soll ich groß sagen, ich fühle mich richtig geehrt, schönen Dank aber auch. Spenden werde ich natürlich trotzdem, also ich werde wirklich was spenden, auch wenn es nur eine Kleinigkeit von 10 Euro ist, weil mehr sitzt leider gerade nicht drin, aber Spenden, Spenden, ich glaube, da zählt jeder Cent. Das ist der Eimer. Eiswürfel sind sogar noch im Beutel drin gewesen, aufgrund der Tatsache, dass mir das mit dem Rausschneiden also zu lange gedauert hat. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich alles aus den Taschen habe, aber bei meinem Glück, äh, alles raus. Ja. Fackeln wir nicht lang. Wow. Wow. Wow, ist das nass. Wow, ist das nass. Eiswürfelpapier. Ja, ähm, ich nominiere meinen ehemaligen Keyboarder Ben. Wird einfach mal Zeit, dass du auch mal ein bisschen nassierst. Dann noch die gute Melissa und zu guter Letzt meinen kompletten Clan, die Next Generation Warriors. Und macht euch mal richtig nass, Jungs, ist für einen guten Zweck. Man sieht's euch. Ja.